eins was hallo und herzlich willkommen wir spielen wieder oder wir fehlen oder wir spielen wir werden gewinnen dota 2 mit dem monkey monkey schläft wieder und der dave ist auch am start hallo ihr habt es verkackt ihr habt es einfach nur verkackt man kann mit euch keine youtube aufnahmen machen das ist einfach quatsch wir sind einfach nicht für youtube geboren hast du nicht mal ein krasses set habe ich nein der hat einen krassen warlock star ach so nun stick davon mir ich habe alles alles anders ja das ist aber trotzdem nicht krass ich hatte es irgendwie krass sein der der warlock ist eins zu eins auf der erst l1 gelaufen so wie du ihn gerade erläuft das kann gar nicht sein felix war machst du das auch gemacht du bekommst ja auch so mehr weil ich cool bin und weil ich es kann okay um mehr damage zu bekommen fahna hallo übrigens hier an die ganzen ganzen nasenbären hier im chat er will mich einfach mal ausrufezeichen multi in den chat rein tütteln und dann kommt ihr den multi stream hier mit dem ist der mann ich hab meinen stream nicht an lich lich ancient please go bottom dann kommen sie bei dir in keinem multidritch würde ich sagen was ist das denn jetzt hier für eine twilight grütze mich kotzt das an das ist die twilight grüßen warum weil es mich nervt viel weniger erfahrung ja wenn er die ganze zeit nach der lane rum macht dann ist das wirklich nur weniger erfahrung aber wir sind gerade am pullen und so ein kram ich werde dich in fünf minuten noch mal auf dieses thema ansprechen über monkey der blutet wenn der tauhäin trifft das ist schön warum haben wir eigentlich zwei kuriere das weiß ich habe einen getaubt der liebt nämlich wenn man zwei kuriere hat liebte das aber fragt der razor ist so am arsch da unten wenn ich jetzt mal ein ultimate hätte ne hätte ich ja schon wenn wir keine twilight spielen würden auf jeden fall ich sag mal so manche also um die uhrzeit gerade eben in der runde hatte ich mit dave schon krass blattdouble kill gemacht ich hab mir das an ich schafft ja jetzt mal boots als first item felix labernet ja aber das auch nur ich jetzt komm mal her du kriegst du so moped ich brauch dir nicht hat ja auch nur die boots weil ich branden kam der 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 stone spirit ist jetzt hier oben ja der stein mensch stone spirit ist auch geil oh no oh no wer sollt ach komm 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 also der meepo scheint nicht schlecht zu sein sein nicht nur so wahrscheinlich auch nicht der über meepo aber ist auch felix lap krigis hat der der darf stand der ford gelohnt sie ohne aufforderung ja 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 Siehst du mal, was ich für ein netter Kerl bin. Ja, manchmal. Eigentlich schon ganz gut, dass die zwei Kurier haben. Nur wenn einer nur upgradet wird, das soll ein bisschen kacke. Die Monkey Cloud Lastits, ich schwöre. Schwöre, Alter. Ich schwöre. Ey, Platzika, wir haben gepullt. Pass mal ein bisschen auf, ne? Ja, mache ich, Leute. Danke für die Info. Was meinst du, wir sind in der Tri-Lane. Wir machen nichts anderes außer pullen und töten. Die Zaget-To-Me. Hallo. Ja, Secret hatte gestern auch zwei Kuriere und es war super, Alekaraz, soll ich dir sagen. Was? Secret hatte gestern auch zwei Kuriere und es war eh, Alter. Ja, Alekaraz. So, hier im, ja. Der Raffi. Hat er recht. Warum spielt eigentlich der Raffi nicht mit? Raffi? Nein. Nein. So, zu deiner Verteidigung. Ich hab voll das... ...Bett hier für den... Ich bin tot. Nein! Wo kommt er denn her? Wo warst du denn? Gepanickt. Na, so da glaube ich. Ja. Wartet auf die TI-Spiele. Oh. Wann gehen die los? In zwei Stunden oder so, kann das sein? Anderthalb? Ach. Yes. Gestern eigentlich irgendwas Tolles passiert. Ich hab's mir noch nicht angeguckt, die ergeben müssen. Ist noch die Gruppenphase, ne? Ja. Und ich hab irgendwas gesehen, Cloud Nein ist gerade ein bisschen am abstinken. Woher sagt es? Ich hab jetzt eh nichts mega Tolles von denen erwartet, aber so. Ich hab's mir noch ein bisschen. Ich würd sagen, das ist ein harte Ego. Ja, das sind sie. Aber Razer war da gerade auch. Definitiv. Razer ist jetzt hier. Necrofoss ist in der Mitte. Oh. Ja. Spilbert kommt in die Mitte. Wollen wir einen Razer machen? Ich hab jetzt ein Ulti. Ja, go. Necrofoss ist immer noch in der Mitte. Ich hab' nichts mitgezogen. Ich hab' nichts mit einem Zutat. Doe ich mich mit dem Weg zu tun. Ich hab' nichts mit dem Weg zu tun. Ich hab ein Mikrofon gefunden. Den entgegen. Wie fährt mein Mikrofon? Okay, 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 okay! Scheiße, warum? Wie warst du bescheuert? 18, okay. Ja, die habe ich ewig nicht gesehen tatsächlich, ich kann nicht nur sagen. Er ist so low, der Typ. Ich hab ihn so einfach mal weggedivet, weil er so low ist. Weil er gar nichts kann. Monkey? Ja? Seit wann klauen wir Kuriere? Felix, da ist der zweite noch unterwegs. Hat das Spiel das jetzt gerafft, dass man zwei Kuriere hat oder was? Ich glaube. Ja, anscheinend nicht. Ich hab ihn doch gerafft. Nee. Ach doch, er war schon bei mir. Alles gut. Ich hab nicht geflägt. Junge. Könnte mir mein Support bitte einen Hot Mana sponsern? Wenn du noch ein bisschen wartest, kann ich dir sogar Boots geben. Ja, noch besser. Ray? Er, Spirit ist in der Mitte. Ja, top ist er Ben. Die haben keinen Bock mehr. Razer ist Bot. Und warum haben die keinen Bock mehr? Hier ist, hier ist ein Grabgang. Vor dem hab ich ein bisschen Respekt. Hat er seine Midas? Nice. Ja. Ja, aber auch nur, weil er dich stunnen kann. Kannst du mal gucken, hier ist ein Stack, ne? Oh, danke. Kann ich dabei helfen. Alles gut, kommt jetzt wieder in die Mitte. 50 hab ich mal an. Guts. Dann holen wir uns hier den Linking. Dann holen wir uns hier den Linking. Bleib mal hier neben drin. Ich wollte mich hier verstecken, aber irgendwie... Vorsicht, wir haben alle Ruhen. Die securen immer alle Ruhen. Also keine Ahnung, wo die sind. Guts. Ja, warte, warte, warte. Ich brauche noch einen Last Hit. Ich bin sau schnell. Da. Komm wieder. Ich bin sau schnell. Warum? Weiß ich nicht. Irgendwo ist was in Ganga wahrscheinlich. Hier, lass mal hauen. Wen hauen. Ich hab dieses Ulti. Wir können erst mal pushen. Wenn sie Bock haben, dann gehen sie. Lass sie. Komm, bot. Was nicht mehr dran. Es geht nicht. Genau. Dein Torf ist unter der Tank. Die Strukture sind aufgerübt. Ich hab gedacht ihr mag meinen geilen greedy dive kill gerade in der Mitte und den kommentiert wieder keiner. Du wurdest wahrscheinlich grad sau schnell. Ja ein bisschen, ich hab ein Meepo hinter mir. Wollen wir den machen? Ja komm. Ne der Meepo macht dich mit seinen Illusionen ziemlich hart fertig. Felix nimm dir doch den fliegenden Kurier oder Grey dem einer dem fliegenden den zweiten Fliegenden. Ich nehme überhaupt kein Kurier. Ich hab überhaupt keine Zeit um zu gucken welcher das Zeug jetzt nimmt. Fliegen jetzt beide. Fliegen jetzt beide. Das ist gut. Ich geh mal grad für die Covern. Hier ist ein Wrath King. Aber der wird. Ja. Ulti. Könnt mal versuchen die Mitte zu holen. Ich kann gleich supporten. Ich supporte rein. Mit ein Ulti. Ich würde schon sagen, wenn du den Lasted Up bekommen hättest. Ich hätte mich so gepeinigt. Kommt hier rein und setzt ein einzig hin. Ich bin nicht so schnell wie du, Felix. Ich bin nicht so schnell wie du. Ich bin nicht so schnell wie du, Felix. Nein. Die Sau. Na gut. Dann guck ich mal, dass ich die LGDs angucke auf jeden Fall. Sieg wird sowieso. Die wollte ich eh noch gucken. Habt ihr das gesehen, wie ihr sich einfach dreist rausportet? Ja, ja. Ist halt gegen dich das Beste. Der Razer muss aber noch hier irgendwo sein. Ja. Bisschen besser hast. Wir können das halt machen. Jetzt schon. Kannst du kurz mit mir kommen? Ich würde gerne High Ground Ward setzen. Wazer ist jetzt Mitte. Ich habe Ulti-Ready, falls sie campen wollen. Wollen wir den machen, Bot? Komm mal. Very nice. Was? 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 Okay, mach mal. Deine Oma stinkt nach Fisch, lebt auch wieder. Lange nicht gesehen, trotzdem noch erkannt. Razer, Ulti. Die Komm wir mal mit. Ja, bin nur noch ich da, aber komm. Und start. Komm, weg, 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 packen wir nicht, packen wir nicht, packen wir nicht. Doch, go. Nein, packen wir nicht. Alter. Habe ich doch gesagt, Mann. Lauf, lauf. Nein, Necrophos. Er soll weggehen. Bitte, danke. Mit dem Ulti hat er mich immer unter dem Tower gehalten. Ich spame überhaupt nicht Platzika. Ich habe heute schon X gespielt und Legion Commander gespielt und ich habe schon Witch Doctor gespielt. Ich habe schon so viele Sachen heute gespielt. Aber Platzika ist einfach Geilste. Zwei Stunden Zeit, ja. Zwei Stunden plus Zeit habe ich. Weil ich will eigentlich nicht, dass Cloud Nein gewinnt und nicht LGD. So, wo räume ich denn jetzt mal auf? Hm. Top, komm, top. Der eine Tower da, der ist mir noch so ein Dorn im Auge. Ja, der bitte geht auch noch einer, ne? Ich habe auch schon Angstschweiß hier oben zusätzlich zum Dachsaunaschweiß bekommen. Aber wenn der Monkey so... Ey, das geht. Ja, hat doch funktioniert oder nicht? Das war trotzdem ziemlich süß. Ja, und? Das ist doch egal. Kill gibt recht. Wir sind beide weggekommen. Der erste von denen ist schon raus. Der Razzor, ja, ja. Du brauchst den Mana. Da stehen ein paar an der Ecke, ne? Bei dir. Danke. Hinter uns ist ein Rath King. Ah, ist egal. Kein Ulti, würde ich sagen, können wir probieren. Ich habe gedacht, der hätte schon wieder Ulti, der Arme. Ich glaube, der ist noch nicht so hoch. Ich glaube, der ist noch nicht so hoch. Ja, go. Erstmal hier ein bisschen Creeps und so, für HP und so. Ich gehe mal gerade zum Psycho-Chop schnell. Ich bin direkt wieder da. Die eine mag ich nicht. Ich komme. Das ist Greedy, Felix. Das ist richtig Greedy. Leben alle. Was ist dieses Greedy, von dem ihr alle redet? Hä? Da kommt ein Mepo. Mepo können wir machen. Okay. Das war ein bisschen der Neba gesetzt. Ja. Das ist egal. Nein, der holt mich. Alter. Lass ich mir raus. Leck mich am Arsch. Ich würde sagen, die lecken jetzt alle raus. Ich habe meinen Crit nicht geschafft. Mit 40 HP aus der Sache raus, ey. Ja, aber ich weiß, dass das LGD-Zinein, glaube ich, 2-0 gewonnen hat. Ah, nee, 1-1. Oder? 1-1? Nee, das war Navi. 2-0. Ich glaube, das wäre Navi gewesen. Ja, ähm. Easy. Easy win, ne? Dave, das ist eine gute Strategie. Das sollten wir öfter machen. Beide random. Dann können die uns nicht counterpicken. Scheinbar. Scheinbar. Weil wenn wir was aussuchen und zusammen auf eine Lane gehen, dann gibt das irgendwie nie was. Mhm. Das ist kein Glück, da der Oma Stegner fähig. Das ist purer Skill. Wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt mal eine sauerfreuliche Runde Nummer 2 am Stück. Nächste wird hoffentlich genauso gut. Guck mal, was ich bekomme. Haut rein. Oh.